Hallo Leute, ich bin wieder in Deutschland. Yay! Einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, habe jetzt endlich mal wieder was hochgeladen. Ich war ja jetzt sechs Wochen in China und ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Ich habe sauviel erlebt in China, deswegen habe ich gedacht, ich mache mal diese Woche wieder einen Hangout, statt eines regulären Videos. Dann kann ich euch mal alles erzählen, was mir so in China passiert ist und ich denke, das wird ganz interessant. Felix wird auch dabei sein, natürlich nicht live neben mir, denn der ist ja jetzt in England, macht ein Auslandsjahr. Er wird aber aus England zugeschaltet sein und dann kann er ein bisschen von seinen Erfahrungen in England erzählen. Ich erzähle natürlich von meinen Erlebnissen in China, zeige euch auch ein paar Bilder, wenn es funktioniert. Ich glaube, es wird sehr cool. Ich hoffe, ihr schaltet ein diesen Donnerstag um 19 Uhr. Sagt allen Leuten Bescheid, ihr könnt das ja einschalten und dann haben wir ganz viel Spaß. Also, ich freue mich auf euch. Wir sehen uns am Donnerstag um 19 Uhr. Bis dann! Tschüss!